Emil Nolde war einer der führenden Maler des Expressionismus. Er ist einer der großen Aquarellisten in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Nolde ist bekannt für seine ausdrucksstarke Farbwahl. Leben Emil Nolde wurde einige Kilometer östlich von Tonnern im Ortsteil Nolde von Burkal als viertes von fünf Kindern geboren. Sein Geburtsort Burkal im nördlichen Teil des Herzogtums Schleswig gehörte von 1867 bis 1920 zu Preußen und damit zum Deutschen Reich. Nach einer Volksabstimmung wurde es dänisch. Nolde erhielt die dänische Staatsbürgerschaft, die er bis an sein Lebensende behielt. Nolde verstand sich aber nicht als Däne, sondern zeitlebens als Angehöriger der deutschsprachigen Minderheit in Nordschleswig. Sein Vater war Nordfriese und stammte aus der Gegend um Nibül, er sprach Nordfriesisch, seine Mutter sprach Südjütisch. Emil Nolde besuchte deutsche Schulen und sah seine Herkunft als eine Mischung aus Schleswig-Eren und Friesenblut. Seine Jugendjahre auf dem elterlichen Hof in Nolde waren geprägt von harter Arbeit und einem relativ kargen Leben. Er war der jüngste von drei Brüdern und hatte eine jüngere Schwester. Von 1884 bis 1888 ließ er sich als Schnitzer und Zeichner an der Kunstgewerbeschule in Flensburg ausbilden. Er war dort an der Restaurierung des Brüggemann-Altars beteiligt. Danach arbeitete er für verschiedene Möbelfabriken, unter anderem in München, Karlsruhe und Berlin. 1892 trat er am Gewerbemuseum in St. Gallen eine Stellung als Lehrer für gewerbliches und ornamentales Entwurfszeichnen an. Die er bis 1897-1898 inne hatte. In dieser Zeit lernte er Hans Fähr kennen, mit dem er lange verbunden blieb. Er arbeitete zunächst an einer Reihe von Landschafts-Aquarellen und Zeichnungen der Bergbauern. Nolde wurde schließlich durch kleine farbige Zeichnungen der Schweizer Berge bekannt. Er ließ Postkarten dieser Arbeiten drucken, die ihm dann schließlich ein Leben als freier Künstler erlaubten. Er ging nach München, wurde allerdings von der Akademie abgelehnt und begann zunächst ein Studium an der privaten Malschule Adolf Hölzels in Dachau. Bevor er im Herbst 1899 mit der Malerin Emmy Walter über Amsterdam nach Paris reiste und sich an der Akademie Julian anmeldete. 1900 mietete er ein Atelier in Kopenhagen. 1902 heiratete er dort die 23 Jahre alte dänische Schauspielerin Ada Filztrup, das jungen, schöne Mädchen. Mit ihr zog er 1903 auf die Insel Alsen. Dort lebte er ab 1903 in einem Fischerhaus am Waldesrand. Als Atelier diente ein Bräterverschlag am Strand. Ab 1905 lebte er im Winter meist in Berlin zunächst am Tauentziehen, dann in der Bayernallee in Berlin-Westend. Seit 1902 nannte sich Nolde nach seinem Nordschleswigschen Heimatdorf. Um 1903 malte er noch lyrische Landschaften. Er wurde Mitglied der schleswig-holsteinischen Kunstgenossenschaft und nahm zwischen 1903 und 1912 an fünf Ausstellungen teil. 1904 war er auf der Jahresausstellung im Flensburger Museum mit den Gemälden in der Räuberstube und Sommernacht vertreten. Von 1906 bis 1907 war er Mitglied der Künstlergruppe Brücke und begegnete in Berlin Edward Mansch. In der kurzen Zeit, in der er Brücke-Mitglied war, brachte er die Radierung in die Gemeinschaft und vermittelte Kontakte zu dem Hamburger Sammler und Kunstmetzen Gustav Schiefler. 1909 wurde Nolde Mitglied der Berliner Sezession. 1910 kam es zum Bruch innerhalb der Berliner Sezession, als viele Werke meist expressionistischer Künstler von der Jury zurückgewiesen worden waren. Unter ihnen der Berliner Maler Georg Tappert. Auf Initiative von Georg Tappert, gefolgt von Max Pechstein und weiteren Künstlern, so auch Nolde, bildete sich die neue Sezession. Sie eröffnete am 15. Mai ihre erste Ausstellung unter dem Titel »Zurückgewiesene der Sezession Berlin 1910«. Erste religiöse Bilder entstanden. Abendmahl, Pfingsten und Verspottung. Zwischen 1910 und 1912 hatte er erste Erfolge mit Ausstellungen in Hamburg, Essen und Hagen. Bilder vom Nachtleben in Berlin, wo er gemeinsam mit seiner Frau Ada regelmäßig die Wintermonate verbrachte, Theaterzeichnungen, Maskenstillleben. 20. Herbstmeere, das neunteilige »Das Leben Christi« entstanden. Von Herbst 1913 bis Ende August 1914 unternahm er als Mitglied der medizinisch-demografischen Deutsch-Neugenia-Expedition des Reichskolonialamtes. Eine Reise in die Südsee. Auf der Rückreise begann der Erste Weltkrieg. Nolde zog 1916 in das kleine Bauernhaus Otenwarf an der Westküste nahe Tondern und der wieder. Die heftigen Auseinandersetzungen um die deutsch-dänische Grenzziehung nach dem Ersten Weltkrieg waren ihm zuwider. Und obwohl er sich als Deutscher fühlte, nahm er komplikationslos die dänische Staatsbürgerschaft an. Als sein Geburtsort nach der Volksabstimmung in Schleswig 1920 an Dänemark fiel, Sebel erst als das Land um Otenwarf zunehmend erschlossen und entwässert wurde, zog er mit seiner Frau auf die deutsche Seite der Grenze, da ihn dort die Landschaft an seine Heimat bei Nolde erinnerte. Das Ehepaar erwarb 1926 eine leer stehende Warft, die sie Sebel nannten und auf der bis 1930 Dekasekunden gleichnamige Wohn- und Atelierhaus des Malers erbaut wurde. Gelegen nahe Nukirchen im Amt Wiedingherde des damaligen Kreises Südtondern. Sie wohnten zunächst in dem benachbarten Bauernhaus Sebelhof, das sie gemeinsam mit der Warft und den umliegenden Weideflächen erworben hatten. Der Umzug in das neu erbaute Haus Sebel erfolgte im Jahr 1930. Das Wohngebäude ist ein zweigeschossiger Kubus mit Flachdach, an den eingeschossige Anbauten über dreieckigem Grundriss angefügt sind. 1937 wurde dem Wohnhaus ein Atelierhaus mit Bildersaal angefügt. Der Bau ist nach Entwürfen Emil Noldes aus Backstein errichtet worden. Die Farbigkeit im Innern des Wohnhauses korrespondiert mit den kräftigen Farben der Gartenpflanzen. Neben dem Haus legten Ada und Emil Nolde einen Garten an, dessen Wege in Form der initialen E und A verlaufen. Zum Garten gehören zwei Gebäude. Ein 1935-36. errichtetes, rätgedecktes Gartenhaus, das sogenannte Seeböchen, sowie die Begräbnisstätte von Ada und Emil Nolde. Diese befindet sich in einem ehemaligen Erdschutzbunker, der 1946 als Ada-Stab in eine Gruft umgewandelt wurde. An der Stirnwand schuf Nolde das Mosaik Madonna mit Kind. Der Garten Noldes ist ein individuelles Gartenkunstwerk, das die zeitgenössische Reformbewegung aufnimmt, die sich gegen industrielle und genormte Kunstformen richtet. So entstand in der weiten Marschlandschaft in Bepflanzung und Ausstattung ein recht geschlossener, heimatbezogener Bauerngarten. Auch wenn dieser keine für diese Gärten typische auf das Haus bezogene Mittellachse aufweist und Haus- und Garten getrennte Einheiten bilden. Zu seinem 60. Geburtstag wurde ihm 1927 eine Jubiläumsausstellung in Dresden gewidmet. Nolde war früh der Überzeugung, die germanische Kunst sei allen anderen weit überlegen. Im August 1934 bezeugte er mit seiner Unterschrift unter den Aufruf der Kulturschaffenden, dass er zu des Führers Gefolgschaft gehörte. Er wurde 1934 Mitglied einer der verschiedenen nationalsozialistischen Parteien in Nordschleswig, der Nationalsozialistischen Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig. Die konkurrierenden nationalsozialistischen Parteien wurden 1935 aufgrund von Bemühungen des Gauleiters Hinrich Lohse in Schleswig-Holstein zur NSDAP Nordschleswig zusammengefasst. Nolde war auch antisemitisch eingestellt, wie aus vielen Dokumenten hervorgeht, so auch aus seinem Buch Jahre der Kämpfe, das 1934 erschien. Er kämpfte gegen jüdische Kunsthändler wie Paul Cassira und Maler wie Max Liebermann. Zugleich sprach er sich dagegen aus moderne französische Malerei der Stilrichtungen Impressionismus, Kubismus, Surrealismus, Fouvismus und Primitivismus im deutschen Kunsthandel anzubieten. Zu Beginn der Zeit des Nationalsozialismus schätzten Teile der Naziführung seine Kunst und seine kunstpolitische Einstellung. 1933 veranstaltete der NS-Studentenbund eine Ausstellung mit seinen Werken. Auch Josef Goebbels gehörte neben Albert Speer zu den Förderern von Nolde. Trotzdem wurde Nolde, ohne dass er das ernst genommen hätte, von einem Teil der NS-Führung verfolgt, dazu gehörten Alfred Rosenberg und Adolf Hitler selbst. Nolde war daher sehr überrascht, dass seine Werke von den Nationalsozialisten als enttatete Kunst diffamiert wurden. Noldes Gemälde Leben Christi bildete den Mittelpunkt der nationalsozialistischen Propaganda-Ausstellung Enttatete Kunst im Jahr 1937. Noch am 2. Juli 1938 machte Nolde in einem Schreiben an Josef Goebbels geltend, dass er sich als fast einzigster deutscher Künstler im offenen Kampf gegen die Überfremdung der deutschen Kunst sehe und wies darauf hin, dass er sofort nach der Gründung der NS-DAP Nordschleswig deren Mitglied geworden sei. Punkt. Die Verfolgung Noldes ging aber weiter. Einige Zeit später wurden über 1000 Bilder Noldes beschlagnahmt, zum Teil verkauft und zum Teil zerstört. 1941 wurde er wegen mangelnder Zuverlässigkeit aus der Reichskammer der bildenden Künste ausgeschlossen. Wodurch ihm die professionelle Arbeit als Künstler untersagt blieb, ausstellen konnte er jedoch bereits zuvor nicht mehr. Bereits 1938 hatte er mit der Serie Kleinformatiger Aquarelle begonnen, die er ungemalte Bilder nannte, die auf über 1300 Blätter anwuchs und erst nach dem Tod des Künstlers bekannt wurde. Die ungemalten Bilder entstanden nicht mehr vor dem Motiv in der Landschaft, sondern im Atelier aus der Fantasie. Dank ihrer geringen Größe konnte er sie gut verstecken. Nach 1945 übertrug Nolde einige dieser Blätter im Gemälde. Er selbst meinte, wenn ich sie alle malen sollte, müsste meine Lebenszeite mehr als verdoppelt werden. Er notierte dies während der Arbeit an den ungemalten Bildern neben vielen anderen Reflexionen. Über seine Situation und über die Kunst allgemein in einer Sammlung von Notizzetteln, die er »Worte am Rande« betitelte. Die Figur des Malers Max Ludwig Nansen im Roman »Deutschstunde« von Siegfried Lenz ist Nolde in dieser Epoche nachempfunden. Eine Überwachung Noldes, wie im Roman beschrieben, ist jedoch nicht belegt. 1944 wurde Noldes Wohnung in Berlin durch Bomben zerstört. Die späten Jahre nach 1945 erhielt Nolde zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. Im Jahr 1946 starb seine Frau, zwei Jahre später heiratete er Jolante Erdmann, Tochter des Komponisten und Pianisten Eduard Erdmann. Bis 1951 malte er noch über 100 Gemälde und bis 1956 viele Aquarelle. Emil Nolde war Teilnehmer der Documenta I, seine Werke wurden dann auch posthum noch auf der Documenta II und auch auf der Documenta III im Jahr 1964 in Kassel gezeigt. Emil Nolde starb am 13. April 1956 in Zebel, wo er, neben seiner 1946 verstorbenen ersten Frau Ada im von beiden geliebten Garten seine letzte Ruhestätte fand. Emil Nolde war Vorstandsmitglied im Deutschen Künstlerbund. Ehrungen 1927 Ehrendoktorwürde der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1949 Stefan Lochner-Medaille der Stadt Köln 1950 Biennale-Preis für das Grafische Werk 1952 Puerle-Merit für Wissenschaften und Künste 1952 Kulturpreis der Stadt Kiel 2001 Eine Rosensorte wurde nach Emil Nolde benannt. Nach Lens Anwesen und künstlerischer Nachlass wurden Ausgangsvermögen der Stiftung Sebelada und Emil Nolde, die im ehemaligen Wohn- und Atelierhaus des Malers das Nolde-Museum errichtete. Die Stiftung präsentiert dort in jährlich wechselnden Ausstellungen rund 160 Werke von Nolde. Im ehemaligen Atelier des Malers hat sein bedeutendstes religiöses Werk, das neunteilige Altarwerk, das Leben Christi von 1911 12. seinen Festen Platz gefunden. Zum 50. Todesjahr Noldes war die Ausstellung 2006 dem Alterswerk gewidmet. Die Ausstellungen hier und im daneben errichteten Dokumentations- und Veranstaltungsgebäude ziehen jedes Jahr rund 80.000 Besucher an. Von 2007 bis März 2014 gab es eine Dependance der Stiftung in der Jägerstraße 54 55. am Gendarmenmarkt in Berlin. Dort wurden im Rahmen von wechselnden Ausstellungen neben Werken von Nolde auch Exponate anderer Künstler präsentiert. Das Werk Noldes umfasst neben Gemälden auch Lithographien und klein- bis großformatige Aquarelle. Seine Motive sind sehr vielfältig, er malte unter anderem Landschaften, religiöse Motive oder das Berliner Nachtleben. Bekannt wurde er auch durch die Aquarelle von seiner Südseereise als Mitglied der medizinischen Deutsch-Neugenia-Expedition. Die ihn durch Moskau, Sibirien, Korea, Japan und China führte. In den Blumen-Aquarellen konnte Nolde seine Vorstellung von der Musikalität und der absoluten Wirkung der Farben realisieren, ohne die Bindung an die Natur zu verlieren. Er selbst sagte zur Bedeutung von Farben für sein Werk. In der Literatur, das Leben Emil Noldes in der Zeit des Malverbots ab 1941 spiegelt sich in dem Roman und Film Deutschstunde von Siegfried Lenz wieder. In dem Buch Nolde und ich. Ein Südseetraum von Hans Christoph Buch wird von Noldes Reise in die Südsee erzählt. Werke, Bilder der Hamburger Richter und Kunstsammler Gustav Schiefer erstellte den ersten zweibändigen Katalog des grafischen Werkes von Nolde. Um 1903, Wassermühlen, Rote Bülkog, Privatbesitz. 1904, Norburg, Öl auf Leinwand, 73 x 88 cm, Galerie Kornfeld, Bern 2011. 1905, Piazza San Domenico II, Düsseldorf Kunstmuseum. 1908, Blumengarten, Düsseldorf Kunstmuseum. 1908, Großer Mohn, Leopold Höschmuseum und Papiermuseum Düren. 1909, Pfingsten, Berlin, Neue Nationalgalerie. 1909, Verspottung Christi, Berlin, Brücke Museum. 1910, Josef erzählt seine Träume, Wien, Belvedere. 1910, Tanz um das Goldene Kalb. München, Pinakothek der Moderne. 1910, Bauernhof. Flensburg, Museumsberg Flensburg. 1910, Herbstmerrie, Dortmund Museum am Ostwall. 1910, Herbstmerksi, Kunsthaus Zürich. 1910, 1914. Fremde Vögel, Tropenvögel. Aquarell, ganzseitige Abbildung Nummer. 13 in Emil Nolde, Jahre der Kämpfe, 1934. 1911, im Café, Essen, Volkwang Museum. 1912, Heilige Maria von Ägypten, Essen, Volkwang Museum. 1912, Maria Ägyptschika. Hamburg, Hamburger Kunsthalle. 1913, Soldaten Nolde Stiftung Sebel. 1915, Figur und Blumen. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, GM 1859. 1915, die Zinsmünze. Kiel, Kunsthalle Kiel. 1915, Herrenbildnessy. 1915, Lichtesee. Halle an der Saale, Moritzburg. 1915, Maria und Simeon im Tempel. Halle an der Saale, Moritzburg. 1918, Nasser Tag. Nolde Stiftung Sebel. 1919, der Schwärmer. Hannover Sprengel Museum. 1919, das rot-blonde Mädchen. Öl auf Holz 46 x 49,5 cm. 1919, Nadja. Öl auf Leinwand 40 x 25 cm. 1919, Blumengarten. Nolde Stiftung Sebel. Öl um 1920, Knabenkopf. Aquarellu. Tusche 29,4 x 22,6 cm. 1922, Landschaft mit Bauernhaus. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, GM 1690. 1925, Landschaft mit ruhenden Kühen. Öl auf Leinwand 73 x 88 cm. 1930, rote Hagebutten mit grün und gelben Blättern und braun-gelben Gräsern. Aquarell auf Japan. Um 1930, tiefblaues Meer unter gelb-violettem Himmel. Aquarell, rechts unten signiert. Auf Japan, 32,5 x 46 cm. 1930, Abendfriede. Halle an der Saale, Moritzburg. 1930, Kahn im Schiff. Halle an der Saale, Moritzburg. 1930, Schwüle Abend. Nolde Stiftung Sebel. 1932, Hültofthof. Seit 1934 als Geschenk von Margarine-Fabrikant und Generalkonsul Alfred Fons in der Kunsthalle Hamburg, dann Privatbesitz. Nach einer Auktion 2002 als Geschenk der Alfred Fons erben wieder in der Kunsthalle Hamburg. 1930, 35. Blaue Iris. Aquarell auf Japan-Papier, signiert. 33,5 x 45,4 cm. 1933. Blume und Wolken. Öl auf Leinwand, 73 x 88 cm. Sprengelmuseum. 1935, 1940. Abend in der Marsch. Aquarell. 34,2 x 47,3 cm. 1936. Hohe See. Öl auf Leinwand, 73,5 x 99,5 cm. 1937. Gelbe und hellrote Darlien. Flensburg. Museumsberg Flensburg. 1938 bis 1945. Ferne Mädchen. 1940. Hohe Wogen. Flensburg. Museumsberg Flensburg. 1940. Der große Gärtner. Hannover Sprengelmuseum. 1942. Großer Mohn. Rot, Rot, Rot. Nukirchen. Nolde Museum. 1945, 48. Meer mit Dampfer. Aquarell und Tuschfeder auf Japanpapier. 23,8 x 21,3 cm. 1946. Abendliches Meer und schwarzer Dampfer. Aquarell. 22,4 x 26,8 cm. 1947. Ferne Mädchen. Mannheim, Kunsthalle Mannheim. 1947. Meer und Boot mit braunen Segel. Aquarell auf Japan. 1948. Bewegtes Meer. Kiel, Kunsthalle Kiel. Texte Briefe aus den Jahren 1894 bis 1926. HSG. Von Max Sauerland. Furche, Berlin 1927. Das eigene Leben. Bad Berlin 1931. Jahre der Kämpfe. Rembrandt Berlin 1934. Emil Nolde. Erinnerungen. Eine Kassette, die folgende vier Teile enthält. Düment Köln 2002 ISBN 978-38321-71711. Mein Leben. Düment Köln 1976. Achte Auflage 2008 ISBN 3-7701-0913-9. Emil Nolde. Begegnung mit dem Nordischen. Kerber 2008 ISBN 3-8667-8129-6. Ausstellungen. 3. Februar 12. Mai 2008. Emil Nolde. Begegnung mit dem Nordischen. Kunsthalle Bielefeld. 15. Juni 13. Oktober 2013. Emil Nolde. Die Pracht der Farben. Museum Frieder Burda in Baden-Baden. 25. Oktober 2013 bis 2. Februar 2014. Emil Nolde in Glut und Farbe. Belvedere, Wien. 5. März minus 15. Juni 2014. Emil Nolde. Retrospektive. Städel Museum in Frankfurt am Main. Kritik der Ausstellung durch Julia Fons in der FAZ vom 5. März 2014. In der Ausstellung wird Noldes Rolle als Verfolgter des NS Stark in Frage gestellt. 28. März minus 30. August 2015. Nolde. Der ungezimmte Strom der Farbe. Stadtmuseum Lindau. 18. September 2015 bis 10. Februar 2016. Nolde in Hamburg. Hamburger Kunsthalle. Eine Liste aktueller Ausstellungen findet sich auf der Website der Nolde Stiftung Seebüll. probability. Bill dateをおichten П��OLD Jam. Showabile.